Guten Tag, meine Lieben. Mal eine ganz einfache Sache wieder mal. Relativ, was heißt das? Bezogen auf oder verhältnismäßig. Das heißt also, wenn ich nur die absolute Zahl nehme, wenn ich zum Beispiel sage, sieben Unfälle gab es in Deutschland, na ja, dann ist das schlimm, wirklich. Aber wenn ich sage, sieben Unfälle innerhalb von 20 Jahren, dann beziehe ich mich auf eine bestimmte Zeit und sage dir, na ja, Mensch, das ist ja nicht mal einer im Jahr. Oder bleiben wir beim aktuellen Problem. Ein Prozent heißt ja eins von hundert, hier das. Eins von hundert. Oder zur Erinnerung, ich kann eins von hundert, ein Prozenthundertstel, auch als ein Hundertstel schreiben. Oder nochmal zur Erinnerung, als Kommandzahl 0,01. Anderes Beispiel. Wenn ich sage, zehn von einer Million sind gestorben, na ja, dann sind zehn an sich viel. Schlimm. Wenn ich sage, fünftausend sind gestorben, dann ist das viel. Aber wenn ich das auf eine Million hochrechne und dann wieder so zusammenrechne, dass ich sage, zehn von einer Million sind gestorben, dann habe ich einen von einhunderttausend. Oder zehn von einer Million, hier die letzte Null weg und die letzte Null weggestrichen, ein einhunderttausendstel. Wie komme ich da drauf? Na, weil die Nachrichten uns das doch auch immer wieder vorschlagen, darüber nachzudenken. Beispiel. Our Word and Data, ich verlinke euch das. das ist ein anerkanntes Portal, sagte zum Beispiel als Antwort, die sammeln nämlich alles, zur Erinnerung, ich meine, die, die den Kanal hier abonniert haben, müssten es eigentlich wissen, dass zum Beispiel am 8. Februar in United Kingdom 13,13 Leute von einer Million gestorben sind. In United States nur noch neun, Germany sieben, France sechs, Kanada 2,5 und in Indien nur noch 0,7. Wie gesagt, von einer Million. Wie komme ich auf diese Zahlen? Wo steht das hier? Dann zeige ich es mal. Wenn ich Our Word and Data in einem Wort eingebe, also ohne Leerzeichen, dann komme ich automatisch da auf. Und selbst bei Wikipedia meckerte man nicht, denn wurden sogar ausgezeichnet, das sind die, die wirklich die Daten der Welt zusammenführen. Ganz vorbildlich und toll, also muss ich erst stimmen. Hier die tatsächliche Seite, auf die ich mich bezogen habe. Und hier kann ich sagen, ja, hier, Our Word and Data und so weiter und so fort. Hier kann ich das, was ich eben gerade gezeigt habe, 8. Februar, hier kommen die Zahlen wieder. Und ich kann mir auch die Spitzen angucken. Am 24. Januar zum Beispiel waren in England 18, also Großbritannien 18,31 gestorben von einer Million. Wie komme ich auf die eine Million, wenn man das hier anklickt? Per Million, dann geht das. Weil so sieht es, ja, so sieht es viel und schlimm und durcheinander aus und man kann es nicht so richtig aufeinander beziehen. Deswegen gibt es ja auch die Prozentrechnung, damit man sich auf etwas beziehen kann und Vergleiche hat. Gleichnamige Brüche, die heißen nämlich dann alle Hundertstel. Hier, gleichnamig. Prozent heißt also im Prinzip nichts als den gleichen Namen für alles erfinden und zwar Hundertstel. Aber das in Bruchrechnung, da habe ich mich ja ausreichend darüber ausgelassen. So, und jetzt gucken wir uns die Daten hier an und siehe da, kann man wunderschön verfolgen. Wir hatten ja hier nochmal, wie die jetzt gezählt wurden, ob mit oder an und so weiter. Das wissen wir alles, was das für ein Quatsch ist, was man, den man da machen kann. Also hier in der Spitzenzeit als die große Pandemie, das Wort ist Quatsch, Pandemie gibt es nicht, weil dann müssten die Toten nur so rumliegen. Und die Kranken und Epidemie, das sind die Grundbegriffe. Vielleicht werde ich hier oben nochmal einen Link anfügen oder zum Schluss, was wirklich wie die Begriffe missbraucht werden. So, okay. Also hier kann man das alles schön nachvollziehen und dann kann man sich alles Mögliche an Ländern mit reinholen und vergleichen. Und wie gesagt, da ja immer, in diesem Fall nicht pro 100, sondern pro eine Million, das auch alles gleichnamig gemacht ist, dann hat man eine Relation, eine Bezugsgröße. So, ich hoffe, dieser kleine Exkurs hat geholfen und verbleibe mit besten Wünschen für einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.